Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Kippit! Endlich ist es wieder soweit, die Kippit ist am Stissl. Haben wir ja alles gemacht, müssen wir da jetzt durch? Das hier fehlt noch, stimmt. Fury... Frolic. Regular, hallo? Hat das Spiel schon vergessen, als wir voll die harten Knochen sind? Ich hab schon ewig nicht mehr... Oh shit, ich hab schon ewig nicht mehr gespielt. Oh, oh no, oh no. Oh shit, warte kurz. Ich hab... Ich weiß nicht mehr wie man was macht. Wie macht man das? Wie parryt man? Wie macht man Doppelsprung? Wie macht man irgendwas? Okay, das läuft ja gerade saugut. Ja moin, ja moin, ja moin! Wie hat mich das denn bitte schön getroffen jetzt? Du kacky lying boy. Hier, mon frère. Ach komm, sein, 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 sein kleiner Kacknasensack... Okay, ich muss ganz kurz gucken, wo was geht. Da schalte ich um, auf diese hier. Auch nicht schlecht vielleicht, weil ich einen grundsätzlich treffe, ne? Aber ich treffe ja an sich eh immer. Wo ist dieser, dieser Dash? Ah, Y. Wir haben den Dash eingestellt, der, der uns unsichtbar macht. Ach du Kacke. Das kommt davon, wenn man das Zeug so lange nicht spielt. Okay, ich glaube, ich bin wieder im Bilde. Mach doch deinen Ball! Mach doch deinen Lava-Kack-Kack-Ball! Wann kommt da nochmal sein, sein, ähm, sein Schwanz? Ah, da unten ist er, da unten ist er. Wow, 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 der bleibt stehen, der bleibt stehen. His, his, his swans is playing, stay, stay, stayin still. His Kack. Da kommt er wieder, da kommt er wieder! Ja? Okay. Totally easy irgendwie, oder? Im Moment. Was meint ihr? Bah, bitch! Get my way there! Huh! Ja doch, also im Moment, ziemlich easy piece Lemons. Wo ist er jetzt? Oh shit, kommt der jetzt von hinten? Wah! What? Muss ich, könnte ich jetzt auf seine Zunge? Ah! 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 Oh je! Bis jetzt, bis jetzt, äh! Ah, ne! Verpiss dich, du... Oh Gott! Nein! Ich glaube, er war fast tot. Ah, das habe ich voll vermisst. Ich habe es ja unterbrochen wegen dem, wegen meiner Verkältung. Weil ich ja gesagt habe, hey, da kann ich nicht so laut sein. Und bei Cuphead ist man ja meistens minimal lauter, als bei anderen Spielen. Ich erhoffe mir jetzt aus diesem, äh, aus diesem Schussmodus, einen Vorteil, der... Ja klar, wenn er unten ist, wisst ihr was? Wenn er unten ist, ist das vielleicht echt nicht schlecht. Ihr wisst schon, wenn er da unten am... Oh mein Gott! Wie ich total ausgetrickst habe! Die alte B... Bitch! Ah! No. Batsch. Mhm. Ah, nein, 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 nein! Das ist ein kleiner... Komm, ich brauche mehr. Jawoll, er geht weg. Okay, warte. Ich schalte um. So. Oh, guck mal. Geht gut rein. Muss nur auf die kleinen... Auf die kleinen Pimmel aufpassen. Nein, nein. Die springen in verschiedene Richtungen. Ziemlich säckerlich. Wenn eins wieder springt, springe ich einfach... Sag doch! Was?! Es ist da hingegangen, wo ich hin... Hintaschen wollte. Das ist sowas. Das darf gar nicht passen. Tja. Oh fuck! Nein! Was ist das für ein süßer Schreiber? Nein! Hey bro, it's surely brewing! I shit you in your face, Batsch! Ich schieß dich ab, du Bungard! Irgendwann wirst du sterben! Frieß doch mal meinen Ball! Eat my balls! I'm balls deep in your... Ehm... Ah! Lurch, lurch, lurch! Lurch, lurch! Good day for a well done dipshit! Wir haben übrigens schon 53% des Spiels geschafft. Hat das das schon gemacht? Ne, ne, ne. I'm so good. I'm too good for you! I'm too good for you! I'm too good for you! Wo ist der kleine Wiggletail? Oh, da ist er, da ist er, da ist er! Try to hit me! You can't hit me! If you hit me once, I hit you twice! If you hit me twice, I hit you! Double twice! Nein! Seine, seine Kot-Dämpfe! Das glaube ich jetzt nicht. Was macht das hier? Ist das so ein Schutz? Ich glaube, es ist echt ein Schutz, ne? Ach komm! Barschnup! Warte mal, springen die immer abwechselnd? Ja, eins links, eins rechts! Kann das sein! Das nächste springt wieder links! Nee! Galore ist das! Das ist Galore! Könntest du mal sterben? Ja! Ja, Leute! Leute! Wie ist dann? What the fuck? What the fuck? Oh Gott! Mein Nasjuck-Rudat! One, two, three! You'd better flee! Meine Mutter fliegt wohl besser! Oder schacht er ja nie? Dass es rabbelt im Ohr-Gradon! Verstehst du mich? Ich werde dich einfach kaputt machen! Circa so! Barthaare gehen in die Nas rein! Oh Gott! Perish, Sheriff! Ah fuck! I shot Sheriff! And you didn't shot the Dab-You-2! Arsch-Rakete! Eine richtige Arsch-Rakete! Eigentlich darf ich hier kein Damage fressen! Maximal dann... Erst dann bei den... Bei den kleinen, äh... Pimmelknillchen! So! Okay, wartet! Boom, bitch! Get on my way, bitch! So, ich bleib jetzt hier in dem Modus, damit ich den besser ausweichen kann, weil sonst... Sonst krieg ich keinen Hit... In den rein! So frisst der wirklich uns die ganze Zeit! Warum springt denn jetzt keiner? Warum springt denn keiner? Warum springt denn keiner? Ja! Get it on, bitch! Es explodiert in drei Stücke! Nee! I can't! In vier sogar! Ja, wenn ich das abschieße... Sau dumm! Fucking dorm, dude! This is so dorm! Als wenn ihr... Ach du Scheiße! Nein! Ach komm! Das kann nicht euer Ernst sein! Ich... Was?! Ah! Ich darf nicht! Damage futtern hier! Hier am Anfang darf das mal gar nicht sein! Oh nein! Der Schwanz! Fuck! Okay, es könnte schwierig werden! Ich hab schon wieder ein Damage gefressen! Also ich guck, dass ich hier ganz, ganz, ganz viel, äh... Dinge sammle für ne... Oh fuck! Ich dachte, ich hätte schon... Leck mich doch am Arsch! Diese kleinen Pisser! Die ganze Zeit sind sie nicht gesprungen gerade eben! Jetzt springen sie! Die springen in meinen Sprung rein! Nein! Wie soll ich da... Wow, 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 wow! Ich muss gleich mein Hemd ausziehen! Es ist zu heiß! Es ist einfach zu heiß mit dem Dragon da! Das ist so ein Dragon! Nein! Schwänzchen geweckt! Ver... 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 Sehr gut! Ich kann ihn direkt... Im Ding reindrücken! Im Ultraschuss! Batsch! Nein! Go away! You little Flammen... Äh... Schniedelwurst! Hat er mich getroffen? Ne! Ha! Oh, Bludo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist so eine Scheiße! Diese... Ey, ich fass es nicht, ne? Ich hab uns grad beide gefressen! Wissen sie... Diese Bälle... Eigentlich nicht schwer! Diese... Oh, äh... Orangen scheiß Dinger da! Aber... Wenn ich sie kaputt mache... Wären die zu vier! Scheiße Dicks Bälle! Hier am Anfang normale Schuss, äh, im zweiten Teil, grüner Schuss und am Ende, natürlich, wie soll's dann noch sein? Oh, shit, normale Schuss. Oh mein Gott, die damage'n mich echt, das, das... Stopp. Now go, you fucking cunt. Alles klar, also, ein Live noch. Hide and hide, ey, 20 Minuten schon hier, warum pimmeln mit dem Kackdrachen? Er fühlt sich ja nicht mal schwer an. Das ist einfach, Movement fails ohne Ende. Ich mach irgendeine Scheiße, jump da rum, wie so ein Kackaffe. Batsch! Auch einfach Timing-Pech noch. Eigentlich schon verloren, aber gut, man kann ja auch mit einem Live, mit zwei Live weniger was reißen, nicht wahr? So, na also, alle drei Live noch und das zweite kommt, sehr schön. Jetzt drück ich mir direkt ein Ding rein, ein Ultra. Wow, nein, nein, nein! Bei denen hab ich gemerkt, das reicht oft. Oft, nicht immer. Wenn man einfach hoch springt, man darf in keine Richtung springen. Die ficken dich einfach im Flug. Die Bastard, den kleinen Roten. Und manchmal kommen sie gar nicht, so wie jetzt. Ah! Wenn ich rüber gesprungen wäre, hätte er mich erwischt. Das ist... Nein! Das ist fiese bei denen. Du musst einfach nur auf der Stelle springen. Schon hast du gegen die gewonnen. Okay. Jetzt kommt der schwerste und auch zum Glück letzter Teil. Nein! Nein! Die spucken die direkt vor mir aus. Das ist sch... Alter! Wahnsinn! Dass diese Schüsse von ihnen zu vier Schüssen werden, ist halt einfach fucking insane. Ich könnte sonst einfach mit dem grünen schießen und ausweichen. Vorhin war ich mit drei Live am Ende. Und hab sofort... Oh Gott! Zwei Live verloren. Sofort! Ich drück denen halt ganz kurz meine Ultra. So und jetzt fasse ich nur auf diese scheiß... No fucking chance! Diese Stelle ist fast die einfachste. Wenn sie dich im Rotieren erwischen, dann bist du tot. Aber wenn du feste stehst, so wie jetzt... Gut, jetzt kommt keiner. Jetzt! Dann hast du eigentlich keine Probleme. Zuck! Nein! Merk dir was? Der hat mich jetzt fast im Rotieren wieder getödelt. Ein Live mal wieder. Ich weiß nicht, was ich mit denen hier machen soll. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht einfach warten, bis sie schießen und dann irgendwie ausweichen oder sowas. Nein! Oh! Nein, was? Warte mal, kann ich auch? Ich will kurz was testen, das zählt jetzt nicht. Wenn ich durchgehend nach links gucken könnte, aber trotzdem nach rechts rennen und springen, dann wäre das ziemlich easy. Dieser scheiß Schwanz, Alter, verzähl dich. Oh nein! Ich hab mich reingeschossen. In sein... Fick. Nein! Nein, im Rotieren. Es ist so behindert. Oh Gott. Sorry! I didn't meant to put you in the... Hehehehehe! Barstet, Alter! Barstet! Ich krieg dich noch, du Pizzer! Minute 30 ist eben angebrochen. Was sind eigentlich die schwierigsten Gegner hier in dem Spiel? Ist es zufällig einer davon? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß, dass die Karotte von vielen als der schwierigste Gegner angesehen wurde, aber das konnte ich nicht bestätigen. Die hab ich ja direkt mit einem Mal besiegt. Ich denke, das ist natürlich auch einfach luckabhängig. Ja, also manchmal hat man diese Runden, wo die Angriffe einfach passen des Gegners. Vorhin hab ich zweimal hier ne Runde gehabt, da sind die einfach gar nicht gesprungen. Ja, sowas... Guckt euch das an. Ich denke, es liegt ja auch etwas an unserem Equipment. Wir müssen unbedingt mehr Life haben. Wir machen diesen, äh, Parry raus. Ach du... Wir machen das jetzt so. Wie geht das? Hallo? Ah ja. So, jetzt haben wir ein Life mehr und unsere Attacke machen zwar etwas weniger Schaden, aber ich denke, dieses Life mehr ist es. So kann man sich selbst auch einfach mal einen Fehler mehr verzeihen. Nein, 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 Schwanz. Oh Gott. Nein. Meine Reaktion ist natürlich auch wieder on point. Na, ist klar. Achtung. Nein. Komm schon mit vier Life, das wär der Hammer. Ja, warum sollst du noch mit vier Life klappen? Drei. Komm schon. Drei. Nein. Scheiße. Die Attacke hier, diese grüne, ist eh ein bisschen schwächer. Und mit diesem Perk sind wir halt noch schwächer. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt ist es doch wieder nur zwei Life hier am Schluss. Ich brech zusammen. Die sind viel zu nah an mir dran. Ich muss immer einfach ganz, ganz, ganz hinten. So, du Sack. Eins, zwei. Nein. Ich mach jetzt halt mal das hier. Keine Ahnung, was das bringt. Nichts. Es sieht aus wie ein Schutzschild, oder? Dass man mich einmal so eine scheiß Flamme angreifen kann, ohne dass ich Damage bekomme. Aber nein. So, wieder schön am Ende. Angekommen mit, äh. Hallo, wechsel doch mal die scheiß... Der wechselt den Schuss nicht. Ach doch, der hat gewechselt, aber ich hatte diese grüne F*** doch um mich drumherum. Alles klar. Batsch. Bleib weg von mir, Alter. Bleib bloß weg von mir. Nee, nicht mit dem scheiß Schuss. Ich muss irgendwie auf... Ich weiß nicht, worauf ich warten muss, aber... Ich muss halt auf irgendwas warten. Hab ich eben gerade echt das scheiß Ding abgeschossen? Ich hab nur den Schuss... Ich hab nur den Schuss mit meiner Ulti abgeschossen. Von denen. Sie selbst nicht. Drei Life. Ich versuch's doch noch einmal. Oh mein. Kann ich irgendwie voraussehen, wann die die scheiße spucken? Alles klar, Leute. 40. Minute. Also, ich mach jetzt noch bis 45 Minuten, aber dann muss ich echt weitermachen mit anderem Content. Ich kann mir das nicht leisten, so lange hier in die scheiße reinzubuttern. Dann macht er drei davon. What the fuck? Das ist jetzt Versuch Nummer 50 und auf einmal macht er dreimal diese Scheiße. Guck mal, jetzt hat er es nur zweimal gemacht. Also, ich geb ihm jetzt direkt drei. Oh Gott. Ach du Scheiße! Wenn ich mit meinem grünen Schuss nach rechts schieße, also am Ende des Weges praktisch weiter renne, um, keine Ahnung, halt irgendwie Damage zu drücken, dann ist es nicht möglich, wenn meine grünen Schüsse rausfliegen. Und ich, meines Wissens, nicht mehr zurückkommen. Guck. Die, die treffen, die treffen nicht. Also, man muss, die kommen da nicht rausgeflogen. Man muss hier wirklich, ne? In der Mitte hier fliegen sie easy zurück. Aber der Outside nicht. Okay, alles klar. Letzter Versuch. Versuche mich doch an zu schießen in der Barstadt. Läuft bis jetzt ganz gut. Oh shit. Warte mal. Guck, dieses Movement-Pech meine ich. Jetzt kommt ja einfach keine Wolke, auf die ich gehen kann. Das ist... Ah! Manchmal bin ich auch nicht in der Lage, den A-Knopf zu drücken, während ich hier gerade, ähm, schieße. Also, so nach 40 Minuten, jetzt 45, wird diese Stelle des Daumens nicht taub, aber man, man kann nicht mehr richtig drücken. Ich drücke ja durchgehend mit dem Daumen auf den Schießknopf. Und mit dem Mittelstück des Daumens, mit dem Gelenk, drücke ich dann noch zusätzlich auf springen. Und manchmal geht's einfach nicht. Ja, moin! Okay, komm, einmal noch. Einmal noch. Fängt ja schon mal gut an. Ich bin von den kleinen Hurensohn-Dinger getroffen worden. Nice, nice. Sieht ja eigentlich niemanden treffen. Alles klar. Es gab der Scheißdinger noch hier vorne und ich bin hier eingesperrt. Okay. Ha! Komm, letzter Versuch. Also, ich geb echt ungern auf. Das ist doch keine Aufgabe. Ich kann nur nicht weitermachen. Die Zeit ist uns nicht tollt. Sonst kommt die Tage kein anderes Video. Wenn ich hier die komplette Zeit reinstecke. Oh no. Okay, das ist geschafft. Das Erste. Alles klar. Noch alle vier live. Und sogar ein Kärtchen. Nein! Im Verschieben wieder diese Bastarde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Sprungkraft hat nicht gereicht. Doch, doch. Es geht außenrum irgendwie. Seht ihr's? Nur hab ich halt no fucking chance, wenn ich diese scheiß Schüsse von ihnen treff. Ja. Das waren jetzt fast 53 Minuten. Leider schaffe ich das heute nicht mehr. Ich muss es ein andermal fertig machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao!